Du hast sicher schon einmal etwas von Parteien gehört und weißt, dass es zum Beispiel die Grünen, die SPD, die CDU und viele weitere Parteien gibt. Aber was sind eigentlich Parteien? Hallo, ich bin Marco von Marco ist Erklärvideos und ich verrate es dir. Die Menschen haben viele unterschiedliche Meinungen zu Themen, wie Klimaschutz, Bildung, Steuern, Außenpolitik und vielem anderen. In politischen Parteien finden sich die Menschen zusammen, die bei diesen Themen eine ähnliche Meinung haben und diese Themen in Deutschland voranbringen wollen. Um eine Partei, die man mag und deren Einstellung und Themen man teilt zu unterstützen, muss man jedoch nicht unbedingt Mitglied sein, sondern kann diese zum Beispiel bei der Bundestagswahl wählen. Umso mehr Stimmen eine Partei erhält, umso besser kann diese Partei ihre Vorstellung von bestimmten Themen durchsetzen. Wählen dürfen jedoch nur Erwachsene. Damit aber auch deine Meinung Einfluss hat, sprich mit deinen Eltern darüber, damit auch sie wissen, was du denkst und das bei ihrer Wahlentscheidung berücksichtigen können. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasse mir doch gerne einen Like da und abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020